Daniel, du bist schuld, wir wollen uns ganz ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast uns diese zwei Wochen so zielsicher und so lustig und so professionell durch diese Kurse geführt. Ja, dass wir gedacht haben, wir haben dann auch einen guten Tipp für dich noch. Ja, Daniel, das einen Tipp haben wir noch für dich. Stell den Kurb einfach auf die Seite, die Schneekugel, lass stehen und schütteln! Dankeschön! Erstmal ankern. Tiefenatmung und ankern. Wow, das ist echt. Und das ist von allem so ein Stück weit aus der Heimat. Ja. Also ich bedanke mich in allerschärfster Form. Ich schau mir das gleich in Ruhe an, ich freu mich total, ich kann das gar nicht so gut. Ja, das musst du jetzt mal filmen, ich bin sprachlos. Endlich! Ja, also ich kann das, äh, vielen, vielen Dank, äh, ja, vielen Dank. Daniel, du bist so süß. Und jetzt, äh, rüber gehen, mach mal Musik abrühren. War das deine Träne, Daniel? Mach das die Kleine. Suche bitte ran. Ach, mach das, dein Leben vorbei. Ihr seid ja echt, guck mal, toll, oder?